Stich, du Salm Stich, du Salm Stich, du Salm Das nächste ist von dem Schlips, was aus der ehemaligen DDR zu uns rumgekommen ist. Steffi Hertl. Und in meiner Wand ist ein Stickdoserl und das tut mich richtig frein. Weil ich weiß, in dem Stickdoserl tut der böse Strom drin sein. Und wenn dann das durch Stickdoserl nimmer geht, dann wär ich froh, wenn ich ein zweites Stickdoserl geh. Dann wär ich froh, wenn ich ein zweites Stickdoserl geh. Warum ist die Dosen hübschig wie mich mein? Ob die Dosen reich nicht, wie er doch glaub ich wohl nein. Warum die Dosen hübschig wie mich mein? Ob die Dosen doch nicht hübschig, das wird mir bei. Was ist das für die Weltzong? Die Dosen auch! Freie Dosen auch! Und wenn es da wollen? Dukkaule! 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 Ein Freie-Grechtser Dukkaule! Dukkaule! Und was haben wir aus? Dukkaule, Dukkaule, Dukkaule! 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 So ist sie, oder? Ich sehe, dass du gleich noch in der Zone, oder? Dukkaule! Dukkaule!